Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Hilfreiche Tools für PädagogInnen. In den nächsten Minuten werden Sie kostenfreie Online-Tools kennenlernen, die Ihnen den PädagogInnen Alltag erleichtern können. Neben Tools zur Selbstorganisation werden Sie auch Werkzeuge zur Begleitung und Dokumentation Ihres Unterrichts und zum Einholen von Feedback entdecken. In diesem ersten Kapitel werden wir Ihnen Tools zur Terminplanung, Notiztools und Cloud-Lösungen für Ihren Alltag vorstellen. Um berufliche und private Termine optimal organisieren und im Auge behalten zu können, bieten sich Online-Kalender an. Bestimmt haben Sie bereits Erfahrungen mit Kalendern auf Ihrem Handy oder Ihrem Computer gemacht. Besonders praktisch ist der Kalender von Google, da er auf all Ihren Geräten synchronisiert und mit beliebig vielen Personen geteilt werden kann. Diese sehen dann nur die für Sie freigegebenen Teile des Kalenders. Ein sehr nützliches Tool zur einfachen Terminfindung für eine Besprechung oder einen privaten Termin ist Doodle. Eine Terminumfrage oder Abstimmung lässt sich in wenigen Minuten einrichten und per Link oder Mail verschicken. Neben Terminen gibt es im Alltag auch zahlreiche To-Dos im Auge zu behalten. Hierfür eignet sich die sogenannte Wanderlist hervorragend. Von Einkaufslisten bis hin zu komplexeren Projekten kann man mit Wanderlist Listen erstellen, synchronisieren und mit anderen teilen. Die einzelnen Punkte lassen sich sogar mit Fälligkeitsdaten versehen, zu denen man benachrichtigt wird. Für Ihr persönliches Wissensmanagement im Rahmen größerer Projekte empfehlen wir Ihnen die Tools Evernote oder OneNote. Diese werden Ihnen in Einheit 3 des Coffee Cup Learning Moduls Digital Leben vorgestellt. Nützliche Tools für den schulischen Kontext gibt es in Hülle und Fülle. Wir stellen Ihnen hier einige praktische Werkzeuge zur Begleitung und Dokumentation Ihres Unterrichts vor. Ist an Ihrer Schule eine Lernplattform wie Moodle oder lms.at in Verwendung, so bietet es sich natürlich an, dort Kurse für Ihren Unterricht anzulegen, die Sie zum Bereitstellen von Aufgaben, zur Unterrichtsorganisation und zur Dokumentation verwenden. Eine niederschwellige Variante einer Lernplattform, die sich vor allem für jüngere SchülerInnen eignet, ist die Klassenpinnwand. Das einfache Tool bietet die Möglichkeit, Links, Aufgaben, Elterninfos und vieles mehr übersichtlich darzustellen und zu veröffentlichen. Ein weiteres, simples Tool, das als Alternative oder Ergänzung zu einer Lernplattform verwendet werden kann, ist BlendSpace. Mit Hilfe dieser Anwendung können Sie Materialien für Ihre Lernenden sammeln, diese als Lessons gruppieren und mit einem Klick zur Verfügung stellen. Das Hinzufügen von Quizzes ist genauso möglich wie das Beobachten des Fortschritts Ihrer SchülerInnen. Zudem haben Sie nach Ihrer kostenlosen Registrierung Zugriff auf Lessons anderer BlendSpace-Nutzenden. Möchten Sie mit Ihren lernenden Brainstormings dokumentieren und veröffentlichen oder in der Klasse aufhängen, empfiehlt sich das Tool Bubble Us. Auf Bubble Us lassen sich Mindmaps schnell und einfach erstellen, auch in einer Gruppe. Am Ende kann das Ergebnis als Bild exportiert oder bei kostenloser Anmeldung auch online gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden. Eine gute Möglichkeit, kleinere Projekte oder Themen anschaulich darzustellen, ist Padlet, die Online-Pinwand. Auf einer Online-Wand können Lernende verschiedene digitale Elemente wie Videos, Bilder, Dokumente oder Texte platzieren. Padlet lässt sich übrigens auch hervorragend in Lernplattformen integrieren und kann dort für Brainstormings, Warm-up-Übungen oder das Präsentieren von Projektergebnissen verwendet werden. Zur Dokumentation und Veröffentlichung größerer Unterrichtsprojekte eignen sich Blogs. Mittlerweile gibt es viele Angebote, die das Einrichten und Befüllen von Blogs im Handumdrehen und ohne Programmierkenntnisse ermöglichen. Eines der beliebtesten Tools, hinter dem eine große Community steht, ist WordPress. In seiner kostenlosen Online-Version bietet das Tool zahlreiche Themes und Funktionen zum Erstellen von Blogs oder Websites, die von Ihnen und von Ihren SchülerInnen befüllt werden können. Abschließend sehen wir uns noch drei praktische Tools zum Einholen von Feedback an. Mithilfe von Socrative können Sie mit Ihrer Klasse in Realtime interagieren. Sie können Ihren SchülerInnen die unterschiedlichsten Fragen stellen und die Rückmeldungen beispielsweise über den Beamer zeigen. Sie haben mit dem Tool die Möglichkeit zu ermitteln, was von Ihrem Unterricht bei den Lernenden angekommen ist, beziehungsweise welches Vorwissen Sie haben. Eine Realtime-Feedback-Alternative aus Graz ist das Tool Feedbacker. Feedbacker eignet sich hervorragend zur Einbindung des Publikums auf Konferenzen oder Workshops und natürlich auch für den Unterricht. Für das Einholen von Feedback zu einem Projekt oder einer Lehrveranstaltung empfiehlt sich das Umfragetool SurveyMonkey. In der kostenlosen Variante können Sie bis zu 10 Fragen pro Umfrage erstellen und für die Teilnehmenden bereitstellen. Sie wissen nun, auf welche kostenfreien Online-Tools Sie zurückgreifen können, wenn Sie Unterstützung in Ihrer Selbstorganisation brauchen, Ihren Unterricht virtuell begleiten und dokumentieren möchten oder Feedback einholen möchten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihnen.